Moin und herzlich willkommen! Ich bin Tom, der den ganzen Bums rund um Videospiele hier auf diesem Kanal gestartet hat. Bei mir hat die Leidenschaft fürs Gaming damals in meiner Kindheit mit dem Super Nintendo begonnen, als meine Eltern mir zum Geburtstag ein SNES samt meinem ersten Spiel-Plug geschenkt haben. Auch wenn ich damals ab dem Flow-Level nicht weiterkam, sollte ich mit dieser Konsole noch jede Menge Abenteuer und Emotionen erleben, die für mich diese Konsolengeneration auf jeden Fall unsterblich gemacht hat. Das Ganze ist nun ungefähr 20 Jahre schon her und noch heute packt mich kein anderes Medium so sehr wie das Videospiel. Dabei habe ich etliche Konsolengenerationen erlebt, viele Titel gespielt, gesammelt und in mein Herz geschlossen. Auf TomTorrel erwarten dich klar strukturierte Gameguides zu ausgewählten Games, Reviews zu Retro und neuen Spielen, Analysen und Essays mit Blick durch meine Nostalgiebrille und jede Menge Nerdkram. Wenn du auf alles Bock hast, dann bleib doch gern mit einem Abo dabei und wir schauen gemeinsam, wo die pixelige Reise hingeht.